Weil ich los geht. Das steh ich mal hier hin. Ich glaube, dass du weiterfahren kannst, wer weiß. Oh. Oh. Geltet! Wir landen! Krieg los! Der Gegner hat uns im Visier! Kette beschädigt! Eine unserer Ketten ist zerstört! Wir sitzen fest! Ich würd' ja gerne, geht ja auch nicht! Hahaha, das ist Herdgeeks! Das ist Herdgeeks! Echt mal! Brauchst du noch was davon? Ich muss gleich gucken! Naja... 3 zu 11! Gott schlecht! Ok, 3 zu 11! Trotz einfach schlecht! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das bringt nichts. Schade eigentlich. Aber Liberty Falls? Schöne Karte. Eigentlich. Ein bisschen feiern. Artig machen. Den kleinen Panzer. 60 Schuss oder so. 60 Schuss? Ich weiß es gerade gar nicht. Kleine Regen. Ich kenne auch nicht die Karte. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich kenne doch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ron. Hier schauen wir mal, ob wir den Spot haben. Eigentlich. Also fahren wir mal Spotten. So rechts rum. Ich laufe rechts rum. Ich laufe rechts rum. Nadelöhr. Sie haben Gegner im Gebiet. Mach sie fertig oder erobere ihre Basis. Hier haben wir mal einen Platz rum. An맛 nach hinten. Ach so. Sie haben sich eine Angelegenheit. Sie haben sich mit mir auf der Reihe. Bist du sein? Da. Du bist die Stelle. Du bist die Stelle. Du musst die Gegensteuern. Das bist du trotzdem. hast du dir. Du bist die Tür. Du bist die Tür vorgepferde. Du bist das. Ziel gesichtet! Der Gäste hat uns im Visier! Der Gäste hat uns im Visier! Erdungstreffer! Geschützt! Geladen! Wir haben uns im Visier! Gegner im Visier! Der Gegner hat uns im Visier! Wir sind erledigt! Russia! Der Gegner hat uns im Visier! Der Gegner hat uns im Visier! Da hängen noch ein paar, da hängen noch ein paar, da ist direkt einer vor mir! Das ist nicht vor mir gefahren, vor den anderen! Halt! Der da getraut! Gerade! Rückzug Männer! Diese Mission ist vorbei! Ach so Mist, wir haben verloren! Noch mal, weil es mir Spaß macht! Ich wüsste auch den noch mal haben! Ich weiss gar nicht wie lange ich schon am streamen bin! Mal gucken, ich glaub 3-4 Stunden wenns so kommt! Anwalt! Heißt es zusätzlich, wenns auf dem Abwischen sauber macht! Deswegen am besten direkt, dass du es draufsetzt, dass du direkt benutzen kannst! Dann! 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 Schau mal! Mal versuch! Mit diesen schönen kleinen Panzerchen! Okay! Schau mal Tilda ist nicht echt der westere Panzer! Normalerweise! Okay, paar Bürofliegerplätze. Okay. Los geht's. ich war gleich ein hersteller wir haben nicht die fahrung so ist nicht die fall nein kann es nachgucken wir sind nicht hier vor unserer doppelte nein nein was wetten wir weiß ich hätte nur recht weiß ich sehe welches recht habe die decke da die ecke schau doch mal die sollte man mal schreiben was ja als spieler sehen wohl gerne mal die ganze gleich spiele hier skyrim world of tanks diablo und minecraft aber was möchtet ihr in den szenen anspielen ich weiß es nicht ich habe einige spiele noch hier ich habe also leider auch evolution hier komplett mit allen erweitern könnt ihr auch spielen im stream könnte ich mein kopf vielleicht mal pausieren das heißt nicht beenden pausieren natürlich wenn ihr möchtet da ist da einer ich bin noch da weil ich da bin Hä? Na wo sind sie denn? Kommt raus, kommt raus, ich bin mir egal, aha! Der ist abgetrallt! Kette beschädigt! Kette wurde getroffen! Sie kann jeden Moment reißen! Geladen! Weg los! Der ist abgetrackt! Der Gegner zieht auf uns! Aha! Der ging voll in den Ego-Transerung! Wirkungstreffer! Der ging voll durch ihre... Haha, kater! Was müsst ihr machen? Ich bin leider kaputt. Tut mir leid. Ich hab's versucht. Aber ich hoffe, ihr habt ein paar Punkte gemacht trotzdem. Einen hab ich abgeschossen, wenigstens, soweit ich weiß. Ich hoffe, ihr schafft die restlichen. Drei? Äh, zwei. Eigentlich nur. Da ist einer. Okay, da ist noch einer. Ja. Ich glaub, der eins schafft ihn noch. Ob ich im Weg stehe auf die Gegenseite, ist es nicht gut. Was? Ein letzter Schuss von mir. Okay. Wir gewonnen! Sehr schön gespielt, sehr gut. Der Sieg ist unser! 1030. Ach, 86. Oh, gut. Ah, ist schon eigentlich schlecht. Das ist gut. So, mal drüber dieses komische Bonus sammeln. Das war die Vatilda. Jetzt machen wir noch ein bisschen Spaß. Panzer fahren. Jetzt gucken wir mal kurz. Hallo und willkommen! To World of Tanks. Ein bisschen Partypanzer kommt jetzt. Also Highspeed-Beschleunigung abhauen und schießen und bis zum geht nicht mehr. Der ist spaßig. Also den Panzer... Ein bisschen Platz vielleicht freier. Durch diesen Panzer 1, der ist jetzt zugleich. Nicht, weil er wirklich supergut ist. Aber der Panzer hat richtig Spaß. Der Panzer macht richtig Spaß. Ich habe nur das einzige, das kleines Panzer, den ich habe. Das habe ich nicht mehr. Aber er hat es nämlich noch nicht weggeben. Viel Spaß mit der Verschleunigung und der Geschwindigkeit und den Schüssen. Vor allen Dingen 40 Schuss, glaube ich, hat er. Das lohnt sich schon. Echt. Das ist echt gut. Vielleicht können wir einen Lux nehmen. Aber das ist immer so eine Sache. Ich finde den besser eigentlich, ganz ehrlich. Na ja, mal gucken. Vielleicht kann ich noch ausbauen. Oh, ich glaube... Hier gehört Männer. Es sind Feinde in der Gegend. Entweder zerstören, wie sie alle, oder neben ihre Basis steigen. Los gehen! Und hoch. Ich weiß nicht, ob alle Berge sind. Scheiß drauf. Ander hoch. So. 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 Man kann nicht okay. Etwas zu dir, ist ja, das ist ganz ruhig. So. So. Findов. Spe for drive-in. So. So. To do. Ich finde, hier ist noch einer. Der Gegner zieht auf uns! Motor wurde beschädigt, er zieht nicht her! Hihihihi. Da haben wir ein paar reingedrückt, noch reingeholt. Ein paar Schüsse, ey. Und ein paar aufgedeckt, das ist gut. Leider noch keiner abgeschossen, aber ich finde, es ist ein paar Energieer geklaut habe ich den. So, Party! Beitreten! Ja, mal gucken, ob ich das gerade... Spiel rein! Beitreten! Ich weiß nicht, ob ich mich hören tust gerade. Ja, Audio wird... Was? Ein, was? Angebunden oder so, kann das sein? Naja, hallo! Hihihi! Sag auch! Ja, bist am Spielen. Du hast gerade eine Einladung geschickt gerade, ne? Ich hab noch dein Ton aus gehabt. Ah ja, deswegen hast du einen Monat gehabt. Ne, weil du das letzte Mal so übelst laut warst. Und jetzt geht's, hoffe ich aber mal. Scheiß es gar nicht. So, jetzt geht's. Willst du mitspielen? Ja, ja. Ja, war gut Krabbegang, aber warum nicht? Ein paar Runden kann ich. Ja, wir haben gerade gefischt gestartet, so 7er fahren wir rum. Hast du nicht den Tiger? Nein, hab ich noch. Siehste, so lange kann ich mich dran erinnern. Ja. Wir haben so lange nicht zusammengespielt und ich kann mich immer noch dran erinnern. Richtig, stimmt schon. Ja. Tiger hab ich auch noch nicht gespielt heute, ganz ehrlich. Ich hab ein paar andere schon gespielt, aber Tiger noch nicht heute. Tiger hab ich auch noch. Panther und Tiger. Ja, nee. So, muss man in Kosten rausgehen und dann innen. Wir haben gerade ein Gefecht gestartet, du kannst nochmal einen starten. Ah, so, okay. Dann starte ich nochmal eins. Ja, der wird hier nicht gewinnen. VKD. Den VK hab ich heute, äh, D28 hab ich noch, ich hab noch nicht gespielt. Er ist schon gespielt, aber auch nicht gewonnen, leider. D28, äh, fahrt ihr erstmal. Gleich machen wir den Tiger. Ja. Ja, du mal da alle auf, da. Ich hab erstmal ein O-I zu, mit einem O-I zu knuspern. Okay. Jetzt sind ja neue Karten draußen, ne? Zwei, ich weiß nicht, zwei neue Karten, die sind da. Einmal ist der Krugwasserfall da, die, äh, Falls. Und einmal eine andere Karte hab ich gesehen. Und Fischerbucht, ich glaub, die haben schon länger auf die Fischerbucht, weiß ich nicht. Dann hast du hier eine Runde noch, und dann können wir dann zusammen... Und unser Team ist mal wieder komplett woanders. Echt? Nicht zusammen? Das ist doof. Ich glaub, ich hab schon zusammen seid eigentlich. Wir müssen den markierten Bereich erobern und halten. Viel Erfolg. Jetzt werd ich noch vom Zayda gerudelt. Ja, ich hab hier grad mit Dings hinter mir. Ich glaub, man hat mal Pech für den Gegner. Tja, wenn man stehen bleibt, ist man tot. Vielfalt stehen bleiben, immer für dich. Ja, ich werd jetzt von hier oben essen, halt. Oh, Tilo, hallo!